FSK 93 auf 93 MHz, terrestrisch und 101,4 MHz im Kabel oder über einen Stream fsk-hh.org. Heute mit der Sendung Manfred Dahmann zum Gedächtnis, zweiter Teil. Wir hatten ja bereits begonnen, etwas über Manfred Dahmann zu sagen und ihn auch per Audioaufnahme zu Gehör zu bringen. Der Anlass war traurig, denn als die christliche Welt die Geburt des Wunderabbis Jesus feierte am 24. Dezember 2017, hatte Manfred Dahmann nach strapaziösen Chemotherapien in Wien sein letztes Gefecht verloren. Heute werden wir endlich dazu kommen, das im Januar erschienene Buch, das auch ein Gespräch mit seinem Mitbewohner David Hellbruck enthält, zu besprechen. Dessen Aufnahme manifestiert ein wenig auch das Geschwächtsein durch Chemotherapien, so dass sie auch indirekt die letzte Zeit von Manfreds Leben, zumindest von der Atmosphäre her, widerspiegelt. Wenn wir daraus etwas hören, dann ist zu berücksichtigen, dass der akustische Wortlaut in der Buchfassung in korrigierter Form sich befindet, also das nicht übereinstimmt, falls jemand mitlesen sollte. Warum ist Manfred Dahmann mit der verspäteten Veröffentlichung seiner Arbeit über Foucaults Machtbegriff, das Rätsel der Macht, Foucaults Machtbegriff und die Krise der Revolutionstheorie ging, war es den Stand der marxistischen Theorie Ende der 1970er Jahre zu dokumentieren. Es gab eine, wenn auch kleine Gruppe von Theoretikern, die das Kapital von Marx philosophisch lesen konnte. Das war ja damals schon schwierig, an die Literatur zu kommen. Selbst die Klassiker Adam Smith, Ricardo und so weiter waren nicht so ohne weiteres zu haben. Im Folgenden hören wir Ihnen persönlich noch einmal aus der Aufnahme, die überarbeitet in das Buch anstelle eines Vorwortes aufgenommen wurde. Der Ausschnitt ist überschrieben mit Lob des Schubladendenkens und gibt etwas von der Atmosphäre wieder, die damals am Otto-Suer-Institut herrschte, als noch Linke an der Universität etwas lernen konnten. Und wie die Examsarbeit damals zustande kam und was nachträglich noch daraus zu lernen wäre. Das Antischubladen. Ich habe versucht, irgendwie doch noch die Schubladen. Aber wieso hat Anjoli davon abgesehen? Vom Begriff des Marxismus oder vom Begriff des Geschäftsmachles? Ja, weil das eben, das war, ich meine, wenn man die damalige Linke sich anguckt, da kommt es an den Begriffen, die die verwenden. Was sie darunter verstehen, war egal. Aber du wusstest dann sofort, in welche Gruppierung du die einordnen musstest. Also es ging um die Phrasiologie. Die Phrasiologie, ja. Aber wenn der eine, ich weiß, also... Vom Arbeiterkampf sprach, dann... Also wenn einer von Ontologie sprach, wusste man ja, oh, der ist ja schon ein bisschen weiter. Aber wenn einer nur von Arbeiterkampf sprach, also jetzt Arbeiterkampf... Ne, das gab ganz spezielle... Da kann ich mich jetzt nicht genau dran erinnern, aber es gab ganz spezielle Sprachregelungen, unter denen du unter den 50 kommunistischen Kleinstgripplern erkennen konntest, der gehört zur 39sten. Weil der die und die Formulierung verwendete. Und deswegen hat man auf unserer Seite, also von dem eher philosophischen, gekennnistheoretischen Ausgangsgrund natürlich gesagt, das wäre so der Scheiß, den machen wir nicht. Aber ich fand eben geschichtsmaterialistische Dialektik, das muss so sein. Oder eben Marxismus. Wobei du dich ja nicht einfach positiv auf den Marxismus beziehst. Ja, aber ich habe, ich wollte, ich bestand auch darauf, dass diese Begriffe auch links und rechts, das war für mich, war das modisch geworden, links und rechts nicht mehr trennen zu wollen. Weil das irgendwie nicht mehr weiterführt. Aber ich bin bis heute noch der Meinung, dass das sehr wohl irgendwie, diese Trennung irgendwie was aussagt. In der Selbstetikettierung oder? Ja, wie die Leute das verwenden. Aber das macht ja heute überhaupt gar keiner mehr. Das ist ja vollends aufgelöst. Heute sieht das wohl völlig aus, zum Glück, das ist ja, kann man ja lange sagen. Aber jetzt als Beispiel. Gut, es gibt immer noch Begrifflichkeiten wie emanzipatorisch. Oder aber auch, ich meine, diese Container heute. Ich meine, man, also auch der Gegner, der verwendet, man muss ja wissen, wie der den Begriff, die Begriffe weiterhin verwendet. Und das fällt dann flach, wenn man die Kategorien gar nicht mehr benutzt. Was ist darunter, was ist in dem Begriff, was besagt dieser Begriff, natürlich kann es ja das links sein, völlig leer. Er ist aber nicht leer. Wenn die Rechten das Wort links verwenden, dann haben die ganz bestimmte Konnotationen damit verbunden. Und die muss man dann rausklamüsern, was verstehen die darunter. Oder was versteht man selbst darunter. Man kann ja selbst sagen, ich bin gar nicht mehr, ich gehöre gar nicht mehr zu Linken. Aber das kann ich erst machen, wenn ich mal weiß, wovon ich mich abgrenze. Und das fangt eben im Grunde nirgendwo statt, aber eben am OSI. Das könnte man am OSI machen. Das sind solche Begriffs, also praktisch-philosophische Grundlagen, die philosophische Voraussetzungen zu reflektieren. Und jetzt nicht unbedingt nur bei, das haben auch dann so Leute wie Alexander Schwan, Gernot Göhler und Gesine Schwan, das waren diese Professoren, die Rechts- und die Professoren auf der rechten Seite, in diesem philosophischen Teil, die haben das auch gemacht. Der Alexander Schwan zum Beispiel versuchte, Hegel auseinanderzunehmen. Als Rechtssegel, die Anhaltung. Oder auch der Diana Göhler, der zweitguter. Also gut, wenn man Karriere machen wollte, musste man kontra-zyklisch oder antizyklisch handeln und sich bei denen anmelden. Aber zu Gesine Schwan, die ja irgendwann Präsidentin werden, und die immer noch im Fernsehen rumgeistert, zu deren Vorlesung kamen höchstens drei bis vier Leute. Aber wenn man was werden wollte, musste man zu denen gehen. Dann konnte man Karriere auch noch. Weil sie die Verbindungen hatten? Ja, die verbarten die Verbindungen. Und man war eben halt, während du bei Anjulli musstest du früh genug da sein. Und das war so, aber kriegst du jetzt keinen Stäper zu machen. Ja, und dann kam irgendwann in den 70er Jahren, du hast gemeint, mit 1974 fängst du an, dich mit Foucault auseinanderzusetzen. Nein, nein, da war es, also das war... Oder war das erst später? Das war später. Also 74 Jahre angefangen zu studieren. Nein, da habe ich Grundstudierungen, aber wie können wir alles? Ja, bei Alfa hat er politische Ökonomie gemacht. Auch so Sachen wie Antisemitismus oder auch bei den Burschenschaften in der Weimarer Republik oder so, ganz speziell zu lassen, um da auch so empirisch zu arbeiten. Über Konservatismus. Das war ihm völlig frei und ohne jeden Zwang von Zensur oder Scheinen oder sonst was. Und man hat trotzdem... Ich habe trotzdem richtig studiert. Man soll die Schubladen weglassen. Ja, das war Manfred Dahlmann dann noch im Gespräch. In der Diskussion geht er dann danach noch auf Sinn und Unsinn der Verwendung des Klassenbegriffs ein, dessen Kritik ebenso problematisch ist wie dieser. Was Dahlmann mit Foucault teilt, ist, dass die Existenz der Klassen nicht so ohne weiteres aus der Kritik der politischen Ökonomie herleitbar ist. Für Foucault sind es Schlachten um die Macht. Wenn das aber der Fall ist, so gibt es einen Weg dazu über das Besondere, historisch Konkrete, wozu Foucault in die Archive gegangen ist. Hier müssen wir noch, um das Ganze verständlicher zu machen, auf den Terminus Archiv bei Foucault eingehen. Als Archiv, nicht in dem Sinne der Örtlichkeit, in die man hineingehen kann, sondern als Innenbegriff der Voraussetzung von Aussagen in einer Kultur. Das andere ist aber auch mit Innenbegriffen. Und der Aussage versteht Foucault, dass sie vorliegt, wenn irgendeine Folge von Zeichen, von Figuren, von Graphismen oder Spuren eine Ordnung erkennen lässt. Die finden wir auch auf der Tastatur einer Schreibmaschine. Sodass eine Buchstabenfolge dort noch keine Aussage darstellt. Etwa auf der französischen Tastatur A-Z-E-R-T. Also A-Zert. Aber die Tastatur ist keine Aussage, genauso wenig wie eine zufällige Folge von Zeichen. Sie muss schon eine Ordnung haben, die nicht nur im Zeichencharakter liegt. Das heißt, der sprachliche Charakter reicht nicht aus. Da würde die Syntax eine Ordnung aufstellen. Die abstrakte Definition der Aussage geht von einer Ordnung aus, bei der in jedem Einzelfall über ihren Sinn zu entscheiden ist. Die Bedeutung oder Sinn, jetzt nicht im frägerischen Sinne, muss man also kennen, wenn man etwas als Aussage identifiziert, wobei hier nicht einfach ein Abbildverhältnis vorliegt. Denn die Referenz oder der Referent der Aussage kann ja auch produziert sein. Das wird genau in diesem Kontext bei Foucault ja auch wichtig. Redet man von einem Universalgelehrten, der alle naturwissenschaftlichen Fakten kennt, so mag das früher mal so etwas gegeben haben. Aber im 20. und 21. Jahrhundert, wo Foucault lebte, nicht. Dann wäre es eine Aussage über die Vergangenheit oder Science Fiction. Das heißt, gehört in die literarische Sphäre. Aristoteles wäre so ein Forscher, weil er ja Wegbereiter war für die Naturerkenntnis und vorher so etwas nur in Form von den Vorsokratikern gab. Ebenso ein Paradigmenwechsel in der Naturwissenschaft kann den Charakter einer Aussage bestimmen, was Foucault als Beispiel nimmt, also Darwins und Kopernikus' Revolution. Er sagt darüber, Dass die Erde rund ist oder die Arten sich entwickeln, bildet vor und nach Darwin nicht dieselbe Aussage. Das Referential erfasst, und darin ist Foucault Marx nahe, worauf Darman auch hinweist, den produktiven Bereich der Aussagen. Die Aussage ist vielmehr mit einem Referenzial verbunden, das nicht aus Dingen, Fakten, Realitäten oder Wesen konstituiert wird, sondern vor Möglichkeitsgesetzen, von Existenzregeln für die Gegenstände, die darin genannt, bezeichnet oder beschrieben werden. Das Referential der Aussage bildet den Ort, die Bedingung, das Feld des Auftauchens, die Differenzierungsinstanz der Individuen oder der Gegenstände, der Zustände der Dinge und der Relationen, die durch die Aussage selbst ins Spiel gebracht werden. Jede Aussage kommt also nicht von allein, sondern ist immer in einem größeren Zusammenhang zu sehen, der aus aufgeworfenen oder gelösten Problemen und Anwendungsbedingungen besteht. In unterschiedlichen historischen Kontexten oder von unterschiedlichen historischen Formationen haben also die Aussagen ähnliche Satzstruktur unterschiedlichen Informationsgehalt. Die Aussage zu etwas anderem, einem korrelativen Raum, ist nicht gleichzusetzen mit dem semantischen Verweischarakter von Bedeutungen, Prädikaten oder Referenzen. Es geht um ein Relationsgeflecht oder, wie es da heißt, Referenzial, das die Grenzen und Regeln der Gegenstände, Sachverhalte und so weiter definiert. Es ist so denn auch kein Zufall, dass man für Damen Vergleiche etwa mit der Wertformanalyse anstellt. Die besondere Existenzweise von Aussagen sind Aussagenereignisse mit bestimmten Bedingungen und Erscheinungsgebieten und gleichermaßen ausgesagte Dinge mit unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten und Anwendungsbereichen. Daher auch die Doppeldeutigkeit des Archivbegriffs Foucault. Die Gesamtheit der Aussagen, ihr Zusammenhang und historischer Ort wird als Archiv gefasst. Der Begriff beschreibt auch Foucaults Methode, die Erkenntnisweise der Philosophie mit dem Wissen aus dem Archiv gegenzulesen. Allerdings ist das mehr Anspruch als Wirklichkeit, so wie Marx in der Londoner Bibliothek befand sich Foucault in der Pariser Bibliothek. Wenn auch der Begriff philosophisch geprägt ist, bleibt der Bezug zur Institution, etwa der Ort, wo die Gesetze aufgehoben werden, als institutionelles Rechtsgedächtnis, der Ort der Versprachlichung und Verräumlichung der Gesetze, wie das in Geburt der Klinik beispielsweise heißt. Mitte der 70er Jahre, wo da man im Otto-Suer-Institut studierte, besuchte Foucault Berlin und die keinen Platz im Saal hatten, kletterten die Fassaden hoch, um diesen Promi wenigstens mal zu sehen. Er wurde in gewissem Sinne zu einem Popstar, wobei wohl nähere Untersuchungen, wie so etwas wie Prominenz entsteht, nötig wären, die an die Massenpsychologie Freuds anknüpfen könnten. Aber auch die von Foucault was gelernt haben, also wie Richard Sennett, haben sich ja da mit Prominenz beschäftigt. Das sehr schön herausgearbeitet, auch am Gesamtkunstwerk von Richard Wagner. Was dort geschieht, ist ja, dass das Orchester verschwindet in den Orchestergraben. Also das sind dann Effekte, sind Wirkungen ohne Ursachen, hat Thomas Mann, glaube ich mal, gesagt. Das macht sozusagen dem, was man sieht, dann verleiht es eine große Bedeutung. Rainer Rien hat mal irgendwie anlässlich, da waren wir auf einem Malerkongress, gesagt, ja, man redet immer so von Ausstrahlung, die die Prominenten hätten. Aber das ist gar keine Ausstrahlung, das ist eher die Anstrahlung, die Anstrahlung, also durch das öffentliche Licht. Das hat auch etwas von dem Machtbegriff von Foucault, über den wir heute ja auch noch ein wenig hören werden. Foucault war ja dann auch ein Beschäftigungsprogramm für Marxisten, die die Kritik der politischen Ökonomie von der Gebrauchswertseite neu aufzurollen versuchten. Dies erfolgte auch als Kritik des autoritären Marxismus oder des Marxismus überhaupt. Alsbald wurde die Gebrauchswertorientierung praktisch in der Hausbesetzer-Szene und Alternativbewegung. Das ist tatsächlich im buchstäblichen Sinne der Fall gewesen. In der Zeit befand ich mich öfter mal in Berlin und da waren tatsächlich auch Professoren und hielten Vorträge in den besetzten Häusern und solche Dinge. Also selbst Philosophen wie Michael Teunissen und ich glaube Ernst Tugend hat sogar, haben dann so etwas gemacht. Da war also mit dem traditionellen Marxismus nichts mehr zu machen, der die Geschichte ausschließlich als Geschichte der Klassenkämpfe betrachtete. Marxismus, zur Methodologie kastriert, kann nur der Sache Gewalt antun. Bei misslungenen Synthesen haben wir das Problem, dass Dahlmann als Antinomie ausspricht. Das Verhältnis von allgemeiner Theorie und den einzelnen Ereignissen ist so beschaffen, dass der, dem die Synthese beide nicht gelingt, im Resultat immer bei dem landet, was er aus seinem Denken anfangs ausgeschlossen hat. Unter Beliebtheit von Kohl ergibt sich auch daraus, dass er Theorie heimlich im Hinterkopf hat, aber verleuchtet. Das ist das, was Dahlmann da ja auch kritisierte. Ein einziger Begriff, Macht, stellt die Einheit allen Seins her. Er hat also eine Theorie, gegen die alle anderen als stümperhafte Baustellen zur Herstellung einer solchen Einheit erscheinen. Und kann gleichzeitig behaupten, er kenne eine solche gar nicht, da er jedes Ereignis allein für sich selbst sprechen lasse und ihre Vereinheitlichung zu einem Ganzen immer nur Resultat der Kämpfe um Macht sei. Der Kerngedanke von Dahlmanns Arbeit besteht darin, Foucault nachzuweisen, dass er noch so sehr behaupten kann, er habe keine Theorie, in der es seine Wahrnehmung einordnet. Sondern im Gegenteil, gerade er verfügt über eine solche, die Realität bruchlos ordnet totalisierende Theorie. Der Clou dieses Vorwurfs ist jedoch, dass Foucault zugänglich war, ohne es explizit zu machen, als pars prototo genommen wird bei Dahlmann. Und dann erläuterte er auf Nachfrage das pars prototo. Dem Denken generell ist es unmöglich, Einzelnes zu denken, ohne schon dessen Ganzes im Kopf zu haben. Und umgekehrt, das Denken kann nichts Ganzes denken, ohne zugleich von dessen Differenzen, zumindest unbewusst, zu wissen. Jeder leibliche Einzelne erfasst diese, ihm von seinem Verstand vorgegebene Beziehung von Einheit und Differenz, in einer ihm eigentümlichen Weise. Er ist Philosoph reinsten Wassers. Von den allgemein anerkannten Philosophen unterscheidet er sich nur dadurch, dass er sich, aus welchen Gründen auch immer, weigert, auf dieses seine Besonderheit im Allgemeinen zu reflektieren. Um dieses Verhältnis von Einheit und Differenz wegen seiner Bedeutung für meine Kritik an Foucault, aber beileibe nicht nur an ihm, in anderen Worten zu wiederholen, mir ging es darum, zu zeigen, dass es Kriterien gibt, die einen zwingen, an Gedankengebäude, den Status zuzusprechen, eine Theorie zu sein. Allgemein löst sich diese Frage für mich dahingehend auf, dass Denken vom Begriff her bei jedem Einzelnen auf einem philosophischen Konzept beruht. Was heißt, auch dem gutesten Pragmatiker und radikalsten Reflexionsverweigerer lässt sich nachweisen, dass er Philosoph sei. Kein guter Zwar, aber dennoch. Die Macht ist Foucault zufolge nur lokal aufzufinden, aber diese lokalen Mächte lassen sich zu einer Allgemeinheit zusammenfassen. Daran fasst man den Machtbegriff als bestimmungslos auf, als nominale Konstruktion. Es gebe die Macht nicht, so wie es den Gebrauchswert nicht gibt. Es gibt Hunde, Katzen und alles Mögliche, aber das Tier als solches, als Res Singularis, gibt es natürlich nicht. Er stellt auch fest, hinsichtlich der Paralysierung von Wert und Macht, dass Foucault die Phänomene der Zirkulationssphäre nur anders beschreibt. Sein Begriff von Wert sei allerdings unzureichend, was auch die ungewollten Anleihen bei Hegel zeigen. Das Verhältnis des Werts zur Macht wurde auch bei Marxisten nie thematisiert und von Gewalt und Herrschaft abgegrenzt. Dass die Legitimität von Herrschaft nicht allein auf Gewalt beruht und bei Max Weber zur Unterscheidung von dem soziologisch amorphen Begriff der Macht unterschieden ist, damit konnte die Linke nie so recht etwas anfangen. Eher dann die luhmannsche Systemtheorie, die dann auch Habermas dahingehend überlegen ist. Dahmann verweist auch auf die Parallelen zu Hegels Herr-und-Knecht-Kapitel in der Filmologie des Geistes unter Theorie legitimer Herrschaft Max Webers hin. Die Existenz des Herren ist nicht ohne Legitimität, sonst wäre er nicht Herr. Dahmann weist darauf hin, dass jede Forderung an die Herrscher, wie gut auch gemeint, deren Herrschaft notwendigerweise zementiert. Das Problem, so Dahmann, ist auch, dass Foucault die Beziehungen von Äquivalentenherrschaft und Macht nicht zum Problem macht. Das schaffen die Linksliberalen ja auch nicht. Dahmann sieht da auch einen Zusammenhang mit der gegen Freudianismus gerichteten Antirepressionshypothese bei Foucault. Allerdings war die in einem bestimmten Kontext konzipiert, etwa der sozialen Kontrolle der Sexualität, dass die nicht auf Repression beruht, sondern über diskursive Praktiken wie die Beichte, die die Sexualität nicht tot schweigt, sondern tot redet. Möglicherweise ist da noch einiges aus Foucault herauszuholen, wenn man das sexualwissenschaftlich einholt. Das haben ja auch schon einige gemacht. Foucault reduziert die Totalität der gesellschaftlichen Beziehungen auf einen positivierten Machtbegriff, was eine Wende hin zu Nietzsche ist und damit auch die mangelnde Unterscheidung von Macht und Gewalt beinhaltet, die Dahmann auch in seiner eigenen alten Arbeit für unzureichend hält. Hier folgt wohl Foucault der heidergerischen Philosophie, insbesondere dem Begriff der ontologischen Differenz von Sein und Seienden, die er in die von Macht und Mächten überführt. Ähnliches findet sich ja auch als Differenz auch bei Derrida. Differenz, also mit A geschrieben, in der deutschen Übersetzung Differenz mit A um laut wird das dann auch wiedergeben, unterscheidet sich dann von der Differenz. Da man sieht hier dann auch bei Foucault die Pseudokonkretheit, die Günther Anders schon Heidegger zusprach. Die Verbindung von Macht und Körper. Von den leiblichen Individuen ist allerdings auch nur als Aggregation der Einzelnen die Rede, wie bei der Linken von Herrscher und Unterdrücker. Die Ich-Einheit des leiblichen Individuums gilt hierbei als zentraler Ort der Machtkonzentration. Daraus ergibt sich die Entindividualisierung als Forderung. Damit wird sowas, was Arendt Banalität des Bösen nannte und damit Eichmann verfehlte, auch noch gefordert. Das findet sich ja auch im Diktum, dass Foucault sich nicht als Autor seiner Texte sieht. Der Tod des Autors wurde in den Literaturwissenschaften dann ja auch infolge Foucaults viel diskutiert. Wir haben hier aus einem Lexikon Artikel den Ruoff mit Doppel F hat da so alle Begriffe, die Foucault benutzt mal so aufgelistet und die Textstellen alle gesammelt. Da ist dann eine vollständige Liste immer der Textstellen vorhanden. Also so ein nützliches Werkzeug. Aber das lesen wir dann doch mal hier vor. Autor Die Person des Autors stimmt üblicherweise mit dem Schöpfer eines Textes überein. Die provokante Sichtweise Foucaults schränkt die Rolle des Autors als Textproduzent stark ein und bestreitet die Funktion des Schöpfers. Die traditionelle Rolle des Autors verliert durch die Funktion der Verknappung an Glaubwürdigkeit, denn sie marginalisiert den Textproduzenten im äußersten Fall auf einen Index des Textes, auf einen Schreiber der Zeichen, der Schreiber bringt die Sprache zu Papier, aber er ist nicht ihr Sprecher. Wenn die Sprache spricht, wird die literaturtheoretische Diskussion über das Verhältnis von Autor und Sprache als Zeuge in der Gestalt von Roby Crillet, Malcolm Lowry, Louis Borges und Maurice Plangeau aufgerufen. In deren Texten entdeckt Foucault jenen aktiven Part der Sprache, der das ungewusste Wissen der Literatur zum Ausdruck bringt. Ist der Mensch tot? Der Foucault'sche Autor spricht also nicht, wie in der Besprechung von Richard's L'Univers Imaginaire de Malamie hervorgehoben wird. Wer spricht also? Die Antwort findet Foucault in einem von Richard's vorgeschlagenen literaturtheoretischen Modell, bei dem es darum geht, die Stimme eines Subjekts wiederzufinden, das gleichsam in seinem Sprechen abwesend ist und in dem das Werk den Bezug auf das Sein der Sprache sichtbar macht. Das Verhältnis von Autor und Werk besteht in der Abwesenheit und dem Tod des Autors. Trotzdem weist jedes Verlagsverzeichnis die Namen von Autoren auf? Welche Funktion kommt den Namen von Autoren also zu, wenn der Autor nicht mehr als der eigentliche Produzent des mit ihm namentlich verbundenen Textes gilt? Es lassen sich unter den genannten Voraussetzungen folgende Funktionen des Autors angehen. Die Verbindung von Name und Text markiert eine Rede durch die Bedeutung. Der fragliche Text hebt sich durch die Zuweisung des Autorennamen aus der Menge aller Reden heraus. Der Autor hat die Funktion, einen wichtigen Text innerhalb einer Kultur benennbar zu machen. Sobald ein Text einen Autorennamen vorweisen kann, kommt ihm eine besondere Behandlung in der Kultur zu. Der Text wird in Bibliotheken gespeichert und in besondere Art und Weise in Umlauf gebracht. Er wird gelesen, rezipiert und interpretiert. Eine weitere Autorenfunktion zeigt sich mit dem Eigentum am Text, die sich erst als rechtliche Form etablieren musste. Die Voraussetzung dafür ist die Verwandlung des Textes in ein Produkt des Marktes. Was keiner historischen Konstante entspricht. Im Mittelalter bewegt sich der Text beispielsweise in einen Bereich der erhöhten Risiken. Der Autor ist eine Person, die aufgrund eines Textes in Heresieverdacht geraten konnte und sich wie Meister Eckhardt in Amignon verteidigen musste. Das Eigentum am Text bedeutet in diesem Fall also eine Art Verantwortung, die sich eventuell als Bestrafung auswirken kann. Das fehlende Verwertungsrecht konnte ihm Mittelanleiter zu führen und dass bestimmte literarische Texte ohne Autofunktion auskamen. Bei wissenschaftlichen Texten war es dagegen umgekehrt. Ein Autor wie Aristoteles garantierte die Wahrheit des Textes. Die Autofunktion wandelte sich also je nach Anspruch, Wahrheitswert und Genre der Texte. Ab dem 17. Jahrhundert müssen auch literarische Texte einen Autorennamen aufweisen. Sobald die Texte eine literaturwissenschaftliche Bearbeitung erfahren, zeigt sich eine weitere Funktion des Autors. Der Autor dient als Ort der Projektion für eine bestimmte Art der Textbehandlung, indem er das psychologische Äquivalent für ein tieferes Streben, eine Kraft oder ein dem Text abzulesendes Projekt darstellt. Der Autor ist demnach ein Konstrukt, das die Literaturwissenschaft aus ihrem Umgang mit Texten bildet. Wenn ein Text eine Autorfunktion besitzt, dann ist damit keinesfalls ein ganz bestimmtes Subjekt verbunden, sondern diesen Plural. Foucault führt die mathematische Abhandlung als exemplarisches Beispiel an, in der das fragliche Subjekt in unterschiedlichsten Bezügen auftritt. Es gibt ein Subjekt, das die mathematische Abhandlung einordnet und dazu in eine Einleitung spricht. Es gibt ein Subjekt, das den Beweis durchführt, ein gerade aktuelles Symbolsystem der Mathematik benutzt und den Beweis auf der Grundlage der Mathematik seine Zeit erstellt. Dies sind die Bedingungen für die Anerkennung eines Beweises, die auch die Voraussetzungen für Nachvollzug darstellen. Ein drittes Subjekt kündigt sich mit dem Resümee und in der Schlussfolgerung an, die einen Ausblick auf die zukünftige Arbeit innerhalb der Disziplin entwirft. Mit der völlig veränderten Funktion des Autors muss auch das Individuum einer gründlichen Revision unterzogen werden. Das Individuum steht nicht mehr für den Ursprung eines Diskurses, sondern es tritt als Subjekt in eine Form des Diskurses ein. Es gibt im Diskurs Leerstellen, die Subjektfunktionen sind. Darunter finden sich die Funktionen des Autors als Spezialfälle der Subjekt Funktion. Die provozierende Frage lautet dann erneut, wer spricht? Es spricht das Subjekt, das aber nicht sein Individuum ist, denn es tritt nur als Sprecher des Diskurses und nicht als Individuum in der Funktion des Sprechers auf. Ja, soweit der Artikel, der nicht zu lang war, deswegen konnten wir mal ganz vorlesen, zur Anregung, falls man irgendwie mal was nachschlagen soll, kann man da reingucken. was auch noch ein bisschen auffällt, Parallelen von dem frühen Wittgenstein des Traktatus. Das hatten wir am Anfang hatten wir das auch schon gesehen, dass Foucault tatsächlich so einen Wahrheitsbegriff, der sich an den Traktatus da anlehnt, präferiert. Also bei der Aussage hat er da eine ähnliche Auffassung. Also das ist ein sprachliches Gebilde, bei dem man dann wissen muss, was der Fall sein muss, wenn das wahr ist. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Wittgenstein. Also soweit ist erstmal jetzt der Begriff des Autors abgehandelt, der damit aber in Widerspruch gegen Foucaults eigene Totalisierung gerät. Nach der Lektüre des Anti-Oedipus von Deleuze und Guattari hat Foucault folgende Thesen zusammengestellt, die im Grunde dem Tod des Autors, was er ja konzipiert, widerspricht, sofern ja dann noch eine totalisierende Einstellung vorgenommen wird dabei. Und da haben wir dann jetzt die Parolen, die Dahlmann dann auch seinem Vortrag oder beziehungsweise an der Festtrift Kritik der Politik Johannes Agnoli so vorangestellt hat. Ja, also erstens befreie die politische Aktion von jeder vereinheitlichenden und totalisierenden Paranoia. Zweitens verweigere den alten Kategorien des Negativen – das sind Gesetz, Grenze, Kastration, Mangel, Lücke – die das westliche Denken so lange als eine Form der Macht und einen Zugang zur Realität geheiligt hat, jede Gefolgschaft. Gibt dem den Vorzug, was positiv ist und multiple, der Differenz vor der Uniformität, den Strömen vor den Einheiten, den mobilen Anordnungen vor den Systemen. Glaube daran, dass das Produktive nicht zisshaft ist, sondern nomadisch. Drittens Denke nicht, dass man traurig sein muss, um militant sein zu können, auch da nicht, wenn das, wogegen man kämpft, abscheulich ist. Es ist die Konnexion des Wunschs mit der Realität und nicht sein Rückzug in Repräsentationsform, die revolutionäre Kraft hat. Viertens Gebrauche das Denken nicht, um eine politische Praxis auf Wahrheit zu gründen und ebenso wenig die politische Aktion, um eine Denklinie als bloße Spekulation zu diskreditieren. Gebrauche die politische Praxis als Intensifikator des Denkens und die Analyse als Multiplikator der Formen und Bereiche der Intervention der politischen Aktion. Fünftens Verlange von der Politik nicht die Wiederherstellung der Rechte des Individuums sowie die Philosophie sie definiert hat. Das Individuum ist das Produkt der Macht. Viel nötiger ist es zu Entindividualisieren und zwar mittels Multiplikation und Verschiebung mittels Diverse Kombinationen. Die Gruppe darf kein organisches Band sein, das hierarchisierte Individuen vereinigt, sondern soll ein dauernder Generator der Entindividualisierung sein und schließlich sechstens Verliebe dich nicht in die Macht. Das ist also aus Dispositive der Macht von Michel Foucault und ja, weil das also eine Zusammenfassung seines Selbstverständnisses ist, zitiert da man noch eine längere Stelle hier. Ich träume von dem Intellektuellen als dem Zerstörer der Evidenzen und Universalien, der in den Dreckheitsmomenten und Zwängen der Gegenwart die Schwachstellen, Öffnungen und Kraftlinien kenntlich macht, der fortwährend seinen Ort wechselnd nicht sicher weiß, wo er morgen sein, noch was er denken wird, weil seine Aufmerksamkeit allein der Gegenwart gilt, der, wo er gerade ist, seinen Teil zu der Frage beiträgt, ob die Revolution der Mühe wert ist und welche ich meine welche Revolution und welche Mühe, wobei sich von selbst versteht, dass nur die sie beantworten können, die bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um sie zu machen. Und dann kommentiert er einleitend in seinem Vortrag, also der wie gesagt in Agnoli Festschrift Kritik der Politik Johannes Agnoli zum 75. Geburtstag steht. Foucault also geht es um die Zerstörung von Evidenzen und Universalien. Sein Motiv ist eindeutig. Diese Evidenzen und Universalien, dazu zählt er etwa die in den Wissenschaften produzierten Wahrheiten und Begriffe, gelten ihm als Orte, von denen aus die Macht ihre Herrschaft ausübt. Gegen diese in Allgemeinbegriffen repräsentierte Macht gilt es, um der Einsatz des Lebens zu kämpfen. Dem Machtbegriff von Foucault liegen zwei Ebenen zugrunde. Die erste Ebene ist die konzeptionelle, ist das Analyseraster einer Mikrophysik der Macht. Hier geht es um das Verhältnis der lokalen Mächte zur allgemeinen Macht, um die Beziehung der Mächte zu ihrem Außen, den Körpern, sowie um die Konsequenzen für die Analyse, die in dieser Konzeption von Macht enthalten sind. Vor allem um die Subjektlosigkeit der Macht und um den Positivismus, den Foucault seiner Mikrophysik der Macht zugrunde legt. Die zweite Ebene wäre dann die Mikrophysik der Macht selber, also wie man sich früher einmal ausgedrückt hat, die Realanalyse der bürgerlichen Gesellschaft. Die Mikrophysik der Macht bezeichnet eine besondere Eigenschaft des Foucault'schen Machtbegriffs, nämlich, dass diese nicht auf eine Zentrale oder Institution zurückgeht und sich nicht auf eine Person oder einen Strategen beziehen lässt. Innerhalb einer Institution kann sie sich durch Praktiken besonders deutlich zeigen. In den psychiatrischen Anstalten zum Beispiel entwickelt sich ein ganzes Dispositiv der Macht, das seine Eigenschaften aus dem Zusammenspiel von sozialen Prozessen, obskuren Heilverfahren und medizinischem Wissen gewinnt. Dispositiv werden wir auch noch erläutern. Die Macht löst sich in Beziehungen und Handlungen auf und nimmt schließlich zwischen den Subjekten den Charakter einer feldartigen Verteilung an. Feld ist hier nicht im physikalischen Sinne gemeint, sondern nur im Sinne einer analogischen Metapher. Die Mikrophysik der Macht schafft zugleich die Voraussetzung für den strategischen Machtbegriff. Die Macht fügt sich so aus vielen Mikrobestandteilen zu einem feldartigen Ganzen zusammen und zeigt so ihre produktive Seite. Die vereinfachende Sichtweise einer personalgebundenen Macht ist ausgeschlossen. Foucault, so Daman, gibt freimütig zu, nicht zu wissen, was die Macht ist. Zeitmarks wisse man zwar, was Ausbeutung sei, aber schon der Begriff Herrschaft sei unklar, da keiner wisse, von woraus sich die Macht bestimmt. Die Tatsache allerdings, dass die Macht existiert, kann nicht geleugnet werden. Und, so Foucault weiter, bevor wir wissen können, was die Macht ist, müssen wir uns darüber verständigen, auf welche Art und Weise sie wirkt. Foucault also geht es in seinen Analysen immer um das Wie der Macht und in zweiter Linie erst um ihr Was. Dem Dilemma Wirkung analysieren zu wollen, ohne zu wissen, was die den Wirkungen zugrunde liegende allgemeine Ursache ist, entzieht sich Foucault mit einem Verfahren, das so alt ist wie die Wissenschaft. Zur Anleitung der Forschungspraxis wird eine Hypothese formuliert, um im Verlauf des Forschungsprozesses herauszufinden, ob sich mit der Ausgangshypothese arbeiten lässt, ob sie modifiziert oder von einer anderen abgelöst werden muss. Der Inhalt der Ausgangshypothese ist völlig ohne Belang. Auch der Satz, dass der Urbaustein der Materie aus grünem Käse besteht, erfüllt vom Prinzip des Kritik-Rationalismus aus gesehen bekanntlich durchaus die Funktion, einen Forschungsprozess sinnvoll anleiten zu können. Als eine solche Konstruktion – Foucault nennt dies seinen Nominalismus – versteht er seinen Machtbegriff und seine Arbeiten sollen den Einsatz zu einem allumfassenden Spiel abgeben, einen Einsatz, der schließlich zeigen soll, ob man so wie er denken kann. Macht also ist, zuerst einmal, nichts weiter als ein Name ist nicht mehr als ein Zeichen, mit dem komplexe strategische Situationen belegt werden sollen. Ein wichtiger Unterschied der Konstruktion von Foucault zu den wissenschaftlich üblichen ist hier allerdings festzuhalten. Und in diesem Unterschied liegt so etwas wie ein Glanz, der in all dem Elend seine Konzeption von Macht steckt. Verborgen ein Glanz, der ihn, im Gegensatz zu seinen ihm folgenden Schülern, zu einem Gegner macht, mit dem man eine Auseinandersetzung durchaus zu Erkenntnissen führen kann. Denn im Gegensatz zum Wissenschaftsbetrieb heutzutage macht er mit seinem Nominalismus ernst. Sein Nominalismus problematisiert ein Verhältnis, das der Wissenschaft schon lange kein Problem mehr ist. Äpfel und Birnen zusammengenommen heißen Obst. Der Allgemeinbegriff Obst enthält und der Andere natürlich Äpfel und Birnen als seine konkreten Bestimmungen in sich. In dieser Abstraktion vom Besonderen zum Allgemeinen aber ein Problem zu sehen, das mit Macht, mit Herrschaft, mit Ausbeutung auch nur im Entferntesten zu tun hat, dies gilt der Wissenschaft, seit sie die theologische Scholastik überwunden hat, nachgerade als lächerlich. Macht als Allgemeinbegriff, als nominale Konstruktion, ist also bei Foucault erst einmal zu verstehen als Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren. Die, wie er sie nennt, archäologischen Forschungen in abgelegenen Archiven, während der jedem Ereignis die gleiche Bedeutung gegeben werden soll, hier hat im Übrigen die poststrukturale Beliebigkeit ihren Ausgangspunkt, eine Basis allerdings, die logisch natürlich längst in der Wahnform angelegt ist, das aber hier nur am Rande, soll nun den Prozess rekonstruieren, indem es den einzelnen Mächten schließlich gelingt, sich miteinander zu einer Einheit zu verbinden. Das Ergebnis ist dann die Mikrophysik der Macht, die deutlich werden lassen soll, dass das, was als Errungenschaften der abendländischen Zivilisation gilt, Individualität, Sozialität, Wahrheit, Wissenschaft, Technologie und so weiter, nichts weiter ist, als das Resultat der Verkettung einzelner Mächte zu einer einheitlichen, den modernen Gesellschaftskörper beherrschenden und ihn durchziehenden Strategie der Macht. Foucaults Machtgriff in dieser Form wie er seinen nomadischen Untersuchungen zugrunde liegt, entspricht einer Konsequenz seiner nominalistischen Konzeption. Wenn Allgemeinbegriffe wie Gesellschaft, Staat, Wahrheit, Natur etc. als Resultate von Machtverhältnissen begriffen werden, muss er folgerichtig sich gegen jede Theorie wenden, die die herrschende Wirklichkeit in totalisierender Weise auf den Begriff bringen möchte. Daher die Abneigung gegen Hegel, aber auch gegen einen marxistischen Diskurs. Wenn jeder Allgemeinbegriff als das Resultat der Vereinheitlichung je besonderer Mächte zum Zwecke der Steigerung und Effektivierung von Macht ist, muss auf einen Allgemeindiskurs verzichtet werden. Das Bedürfnis nach Theorie gehört da man zufolge für Foucault noch zu dem System, von dem man die Schnauze voll hat. Damit gerät Foucault in einen pragmatischen Selbstwiderspruch, wenn er versucht, eine umfassende Mikrophysik der Macht vorzulegen. Aber diese darf nicht als eine einheitliche, ganzheitliche Theorie erscheinen, wenn sie doch als eine Theorie, der ein reales Subjekt, die Macht, zugrunde liegt, fungiert. Jetzt ist noch der Terminus Diskurs zu klären. Ein Wort, das in der Tradition von Gaston Bachelard oder Georges Canguim steht und den Zusammenhang von Sprache und Denken bezeichnet. Allerdings, wie Foucault zugestehen muss, von ihm gar nicht mit konstanter Bedeutung verwendet wird, sondern in einer meandrierenden Verwendungsweise. Also meandern, das kennt man vielleicht, wenn man Biologe ist oder so etwas, wenn man den Flussverlauf, der mal begradigt worden ist von den Nazis meistens, den wiederherstellt. Das geschieht ja so manchmal in Naturschutzgebieten, dass man dann die Natur wiederherstellt. Dann ist ja allerdings Produkt von Kultur. Ansonsten bezeichnet Diskurs im französischen Rede im weiten Sinne, während im Deutschen vor allem durch Habermas ein Austausch von Argumenten, der alle empirischen Bedingungsfaktoren ausblendet, damit gemeint ist. Was übrigens an Heideckers reine Bedeutungslehre erinnert. Da nimmt das ja sozusagen den Anfang zu diesem abstrakten Sein Heideckers. Das hat er eigentlich aus der Bedeutungslehre aus dem späten Mittelalter gewonnen. Das ist aber nie reflektiert worden und er ist auch nie wieder darauf zurückgekommen. Aber das ist der Ursprung solcher Sachen. Man kann dann auch Bezüge zu Kant, Fichte und so weiter dann auch noch sehen. Das ist natürlich bei Habermas dann auch so der Fall. Deswegen hat er ja dann auch in Erkenntnis und Interesse und solchen Schriften sich dann immer auch auf diese Tradition dann auch bezogen. Schriften Fokus wie die Ordnung der Dinge und die Archäologie des Wissens sind Knotenpunkte eines reflektierten terminologischen Gebrauchs. In ersteren fängt Diskurs den Begriff der Episteme abzulösen, der mit der wissenschaftlichen Tradition der Neuzeit seit Kepler Galilee beginnt und nach der die Wissenschaften mit einem Netz von mathematischen Maßen die Welt unterwirft, mit logischer Analyse und Klassifikation und das universal gültige wissenschaftliche rationale Wissen bezeichnet. Parla besteht darunter bereits nicht die etwakantischen apriorischen Erkenntnisbedingungen, sondern historische, die Erkenntnis, die früheres schlechtes Wissen überwindet und einen unabschließbaren Prozess bezeichnet. Das wissenschaftliche Wissen steht nicht als unabhängige Größe der Welt gegenüber, sondern befindet sich im Raum des wissenschaftlichen Wissens. Foucault unterscheidet sich aber durch Erbes Erbes der Philosophie des Nein Bachelard dem er ein platonisches Erbe unterstellt, das aus der ausschließlichen negativen Bestimmung des vorwissenschaftlichen Wissens besteht, sondern er verwendet den Begriff der Positivität, um die diskursive Formation, die die Wissenschaften ermöglichen, zu bezeichnen. Die Formationen des Wissens lassen das vorige nach Foucault nicht hinter sich. In der Archäologie des Wissens sucht er dem Strukturalismus Vorwurf zu begegnen, da die Regeln nur auf das eigene Denksystem anwendbar sind. Des Weiteren wird Regel und Gesetz unterschieden, wobei das Gesetz eine zeitlose Gültigkeit beansprucht. Das Strukturalistische wird dann relativiert zu einem bloßen analytischen Verfahren, dessen Inhalte abhängig vom Gegenstand bleiben. Foucault neigt dann dazu, die Institutionen und sozialen Praktiken einzubeziehen und damit die Regelmäßigkeit des Diskurses zu relativieren. Bevor wir Musik machen, nochmal ein Zitat von Foucault aus den Schriften, also die Foucault neigte dazu, die Institutionen und sozialen Praktiken einzubeziehen und damit die Regelmäßigkeit des Diskurses zu relativieren, als ein strategisches Dispositiv, das es gestattet, unter all den möglichen Aussagen diejenigen auszusieben, die nicht einer wissenschaftlichen Theorie, sondern eines Feldes von Wissenschaftlichkeit annehmbar sein können und von denen man wird sagen können, dieses hier ist wahr oder falsch. Das Dispositiv gestattet nicht das Wahre vom Falschen, aber das wissenschaftlich nicht qualifizierbare von Qualifizierbaren zu trennen. Das ist also das Spiel des Michel Foucault. Die Schriften, also die Kriege, da gibt es vier Bände. Das ist hier alles aus Band 3. Aber jetzt machen wir dann doch nochmal Musik von Adorno, den ja Foucault als er dann sehr spät die Dialektik der Aufklärung las, dann auch sagte, oh, da hätte ich viel Arbeit ersparen können, hätte ich das damals schon gelesen. Ja, wir hatten da ja nochmal vom strategischen Dispositiv gesprochen, das ist also gestattet und all den möglichen Aussagen diejenigen auszusieben, die nicht in der wissenschaftlichen Theorie, sondern eines Feldes von Wissenschaftlichkeit annehbar sein können und von dem man wird sagen können, dieses hier ist wahr oder falsch, das Dispositiv gestattet nicht das Wahre vom Falschen, aber das wissenschaftliche Nichtqualifizierbare von Qualizierbaren zu trennen. Also aus das Spiel des Michel Foucault und in dem Kontext dieses Buches wird dann auch der Begriff also Dispositiv für Netz bestimmt. Disposition wird also bestimmt als heterogene Gesamtheit bestehend aus Diskursen, Institutionen, architektonische Einrichtungen, reglementierten Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Maßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen und philandrophischen Lehrsätzen, kurz gesagt das, das sind die Elemente des Dispositiv. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das man zwischen diesen Elementen herstellen kann. Ja, Dispositiv kommt hier von Disponere, Dis ist eine Vorsilbe, die meistens ein Auseinandertreten symbolisiert und Ponere, also Sätzen, deswegen Netz, das breitet sich also aus wie ein Netz. Foucaults Begriff des Diskurses unterscheidet sich von anderen Postmodernen wie Lacans und Deridas dadurch, dass er der Aussage im Diskurs einen material-empirischen Gehalt zugesteht. Also er ist ja mit Nietzsche ein fröhlicher Positivist. In Ernst Kassirers Philosophie der symbolischen Formen sieht Foucault eine Verwandtschaft zu seiner eigenen Auffassung der unauflösbaren Einheit von Denken und Diskurs. Und jetzt nehmen wir da nochmal das Lexikon von Ruoff zu Rate. Da werden die unterschiedlichen Außenverhältnisse des Diskurses in einer Liste aufgeführt und dann jeweils auch angegeben in welchem Werk das steht. Wenn da man so verschiedene Sachen zitiert, wenn wir uns das einigermaßen merken, können wir dann so sehen, welche Bedeutung er da so verwendet. mit sich uneins sozusagen. Also da sind die Außenverhältnisse des Diskurses im Überblick. Also in Wahnsinn und Gesellschaft 1961 erschien der Diskurs steht in einem direkten Ausdrucks Verhältnis mit nicht diskursiven Bedingungen. In die Geburt der Klinik erschien 1963 der Diskurs steht in einem direkten Ausdrucksverhältnis mit nicht diskursiven Bedingungen, wobei die visuelle Seite hinzukommt und der ärztliche Blick das Verhältnis von Sichtbarem und Sagbarem thematisiert. In die Ordnung der Dinge 1966 erschien der Diskurs erreicht den Zenit seine Eigenständigkeit. Die nicht diskursiven Praktiken treten zurück. In die Archäologie des Wissens 1969 erschien der Höhepunkt der Diskurstheorie ist erreicht. Die nicht diskursiven Bestandteile bleiben, insofern sie Berücksichtigung finden, weitgehend vom Diskurs abhängig. In die Ordnung des Diskurses 1972 erschien die Macht gehört hier noch wesentlich zum Diskurs selbst, da sie nur in der Funktion seiner Einschränkung auftritt. 1973 1974 erschien die Macht der Psychiatrie. Hier tritt dem Diskurs die Disziplinarmacht, im Dispositiv gegenüber. In Überwachen und Strafen 1975 der Diskurs ordnet sich mit den nicht diskursiven Praktiken in das Dispositiv ein und die Macht beginnt, stellenweise zögerlich ans produktive Größe zu erscheinen. Ja, ich versuche das nochmal durchzugehen, damit sich das merken, also in Pahnsinn und Gesellschaft, das ist das Frühste, das baut auf noch auf den 50er Jahren, also ein direkten Ausdrucksreiten ist mit nicht diskursiven Bedingungen, also fast noch ein Abbildverhältnis könnte man sagen, Geburt der Klinik gibt es dann auch ein direktes Ausdrucksverhältnis mit nicht kursiven Bedingungen, aber es tritt dann jetzt diese visuelle Seite hinzu, also das Panoptikum, also das wird dort diskutiert, aber das werden wir alles noch genauer dann sehen, dann die Ordnung der Dinge, dann wird der Diskurs dann also wirklich eigenständig, die nicht diskursiven Praktiken treten zurück, man kann schon ein bisschen absehen, welche Autoren dann besonders auf die Ordnung der Dinge rekurrieren, man konnte das sehen bei Judith Butler, die sich auf solche Schriften bezieht sich viel auf Foucault und Heidegger und so weiter, und da wird man ja Mann oder Frau dadurch, dass das ausgesprochen wird, dies ist ein Junge oder dies ist ein Mädchen oder so etwas, wobei die nicht diskursiven Praktiken, also festzustellen, was das jetzt nun ist, da zurückgetreten sind, auch noch und dann gibt es die Archäologie des Wissens natürlich, da bleiben die nicht diskursiven Bestandteile dann doch und finden Berücksichtigung, sind aber weitgehend vom Diskurs abhängig, das könnte man sagen, die Butler hat dann ja mal Körper von Gewicht geschrieben und da wollte sie den Körper auch abhängig machen von diskursiven Praktiken. das ist interessant, dass das irgendwie so Doppeldeutigkeiten bei Foucault, die reflektieren sich dann bei anderen Theoretikern auch. Ein Werk hat eben halt immer Entwicklung. Ordnung des Diskurses 72, die Macht gehört hier noch wesentlich zum Diskurs selbst und da sie nur in der Funktion seiner Einschränkung auftritt und die Macht der Psychiatrie Diskurs dritter Disziplimarmacht im Dispositiv gegenüber und dann schließlich Überwachen und Strafen. Der Diskurs ordnet sich mit den nichtdiskursiven Praktiken in das Dispositiv ein und die Macht beginnt stellenweise zögerlich als produktive Größe zu erscheinen. Das nähert sich dann schon wieder marxischen Auffassungen oder Adornos in der Zeit hat er auch dann irgendwie die Dialektik der Aufklärung da gelesen. Ich erinnere mich Ende der 70er Anfang der 80er dass da dieses Interview mal gegeben wurde. Ganz interessant. Und genau dieses Letztere diskutiert jetzt Manfred Damann nun als ein Dilemma Foucaus das im Verhältnis von besonderen lokalen Mächten zu ihrer Einheit als Allgemeiner Macht besteht. Die Einheit wird doppelt bestimmt, also nominal, also der fröhliche Positivist, als Forschungshypothese und real als geschichtlich gewordene Einheitlichkeit der Macht. Also da gibt es dann doch noch ein Fundamentum in Reh. Nun ist sich Foucault darüber klar, dass man Mächte nicht voneinander unterscheiden kann, wenn es außerhalb dieser Mächte nichts gibt, über das das Spezifische einer Macht bestimmt werden kann. Jede Analyse muss auf mindestens eine Differenz einer Differenz auf mindestens einer Verdopplung beruhen, sonst bewegt sie sich in Tautologien. Es muss etwas geben, was außerhalb der Mächte steht, etwas, das überhaupt erst erlaubt, die eine Macht von einer anderen zu unterscheiden. Die Verdopplung, auf die Foucault sich beständig beruft, um Tautologien zu vermeiden, ist, dass er den Mächten Körper gegenüber stellt. Körperlichkeit steht bei ihm für all das, was nicht zur Ordnung der Macht gehört. Körperlichkeit ist dabei zwar immer als das Außen der Macht gedacht. Macht und Körper sind aber nicht als Gegensätze zu verstehen, Gegensätzlichkeit in der Form, dass in den Körpern Freiheit stecke, in der Macht dagegen Zwang. Vor allem ist diese Verdopplung nicht als bloße Umformulierung der alten philosophischen Verdopplung in Subjekt, etwa die Macht und Objekt, hier die Körbe, gedacht. Die Spaltung der Welt in Subjektivität, die üblicherweise für Freiheit, Irrtum, Gefühl, Individualität oder anderes steht, und Objektivität, womit meist Wahrheit, Natur, Gesetzlichkeit, Gesellschaftlichkeit oder auch Zwang verbunden wird. All diese Verdopplungen und Gegensätze begreift Foucault als Ausdruck spezifischer Machtstrategien, als Verfestigungen, als Dispositive, die in einer je spezifischen Weise und an einem ganz spezifischen Ort eine Verbindung mit den ihnen äußerlichen Körpern eingegangen sind. Weder die Macht noch die Körper können unabhängig voneinander untersucht werden. Untersucht werden kann immer nur die Art und Weise, in der Körper und Macht eine spezifische Verbindung eingegangen sind. Also hiermit will Foucault das Denken des Abendlandes vom Kopf auf die Füße stellen, also eine politische Geschichte der Wahrheit, die für sich ohne Wahrheitsbegriff auskommt. Metaphysik und Transzendenz werden ad acta gelegt. Kein Gott, kein Gesetz, keine Natur, kein Souverän, keine Klasse und erst recht kein Mensch ist Subjekt der Geschichte. Und vor allem, dies ist der eigentliche Zweck seiner nominalistischen Konstruktion von Macht. Auch die Macht selbst ist nicht das historische Subjekt. Die Geschichte wird nicht regiert. Sie regiert sich selbst in einem ungeregelten, an sich chaotischen Prozess ohne Anfang und Ziel, ein Prozess, der sich allerdings für eine bestimmte Zeit, wie in der heutigen, zu einer einheitlichen Strategie verketten kann, ohne dass diese Strategie aber ein Stratege als Subjekt unterstellt werden müsste. Souveränität etwa, die Abhängigkeit der Gesellschaft also von der Willkür eines allmächtigen Herrschers, war eine solche vorübergehende Verkettung von Macht im Mittelalter und im Absolutismus. Die bürgerliche Gesellschaft dagegen sei vom Fehlen dieser Souveränität gekennzeichnet und dies zeige, dass Macht sich vereinheitlichen kann, ohne dass dieser Macht ein Subjekt unterstellt werden muss. Auf dieses Verständnis von Souveränität und Subjektivität wird näher einzugehen sein. So viel wird aber hier schon deutlich. Foucault beschreibt auf einer hohen Ebene der Abstraktion nichts anderes als die Wirkungsweise des Automatischen Subjekts ohne von ihm tatsächlich reden zu wollen. Anstelle dessen redet er von Macht. Ja in einem Büro bei den Philosophen war mal so ein Plakat Wissen ist Macht das ist Sir Francis Bacon ich weiß nichts macht nichts so so wird der Macht Begriff hier also der ja sehr bedeutsam war in der Geschichte aber auf die Problematizität werden wir ja noch eingehen und automatisches Subjekt das ist eine Einspielung natürlich auf Karl Marx der den Wert hecken den Wert auch als automatisches Subjekt bestimmt Der Körper sei es der Menschliche sei es die Gesellschaft spielt bei Foucault dieselbe Rolle für die Macht wie das Ding an sich bei Kant für die Vernunftskritik also man spricht ja von Gesellschaftskörper und solche Dinge er wird vorausgesetzt aber Aussagen sind nur durch die Machtbeziehung hindurch formulierbar das Ding an sich also das heißt der Körper wird dann aber nicht einfach als unwichtig ausgeschlossen unter Theologie überlassen wie bei Kant der das dann an der Negativen Metaphysik oder Theologie überlässt denn sonst wäre das ganze Foucault schon dann nehmen gar nicht mehr möglich da schreibt Dahmer noch dazu jeder von ihm entwickelnden Kategorie etwa Zeichen Dispositiv Natur Vergegenständlichung Diskurs hier alle seine Begriffe etwa die vom Sex von der Seele von Gesellschaft Staat Lust Gefühl sind nur zu verstehen wenn in ihn die Verdoppelung von Macht und Körper mitgedacht wird Die Kategorien von Foucault bezeichnen also nie Gegenstände wie man etwa scheinbar problemlos einen Tisch antagssprachlich als einen Gegenstand begreift vielmehr liegt jeder Kategorie eine Relation zugrunde eine Beziehung zwischen Macht und Körper oder wie Foucault sich ausdrücken würde seine Begriffe bezeichnen einen Knoten in einem Netz in dem beständig neue Knoten geknüpft und alle gelöst werden Macht ist demnach für die Erkenntnisgewinnung notwendig und kann dann nicht als unmoralisch oder unethisch ganz simpel verworfen werden Das historische subjektlose Verhältnis der Mächte zu den ihrer Objektivität entgleiteten Körpern steht sozusagen jenseits von Gut und Böse da es weder ein subjektives noch ein objektives Kriterium gibt das irgendetwas als negativ als schlecht als böse als hässlich oder sonst wie werten kann Jede Negation kann als Ausdruck eines spezifischen Machtverhältnisses betrachtet werden auch der Widerstand einer lokalen Macht gegen eine andere Für die Analyse der Macht heißt das dass alle Kategorien des Negativen vor allem der Begriff der Kritik wie immer auch verstanden am Problem der Macht vorbeigehen müssen Wer wie Foucault konsequenter Nominalist sein will und diesem Nominalismus die Verdoppelung von Macht und Körper zugrunde gelegt der muss Positivist sein muss einen Positivismus vertreten der den empirischen Positivismus der Naturwissenschaften rigoros auf alle Phänomene und Ereignisse überträgt Das ist ein wichtiges Moment der Kritik an Foucault das Daman so dann auch auf die Rezeption bezieht die obwohl jener nicht gerade ein Empiriker ist Daman spricht hier von Empirist was dann mehrdeutig wieder gemeint ist jetzt nicht eine bestimmte erkenntnistheoretische Position wie von Locke Hume etc. sondern die Anwendung von Empirie in der Wissenschaft Foucault gilt der bürgerlichen Schicht dem Kapitalismus die Rolle zu erfüllen hat die kapitalistische Wirklichkeit mit den Idealen zu vermitteln die das Kapital aus sich heraus freisetzt also den Intellektuellen als jemand der streng empiristisch also mit dem unmittelbaren Verweise auf die Fakten argumentiert gerade gerade die linke Fraktion des Berufsstandes der Vermittler ist ja bekanntlich strikt anti-intellektualistisch theoriefeindlich ausgerichtet mit Foucault und heute besonders Derrida glaubt sie jemanden gefunden zu haben der die Differenzen aus dem Korsett der allumfassenden Theorie befreit habe Jeder wirkliche Empirist kann da natürlich nur lachen empirisch stimmt bei Foucault nur selten etwas beispielsweise ist das architektonische Modell das Foucault zur Grundlage seiner Theorie dient nie tatsächlich gebaut worden aber das soll hier nicht weiter interessieren kritisierbar ist Foucault wie jeder Empirist eben auch in der den Ereignissen und den Differenzen zugrunde gelegten vereinheitlichenden und verallgemeinerten Theorien Also bevor wir dann noch mal weitergehen zitieren wir noch mal Foucaults Bestimmung von Disziplin Disziplin ist im Grunde der Machtmechanismus über den wir den Gesellschaftskörper bis hin zum kleinsten Element bis hin zu den sozialen Atomen also den Individuen zu kontrollieren Vermögen Es handelt sich um die Techniken der Individualisierung von Macht Wie kann man jemanden überwachen sein Verhalten und seine Eignung kontrollieren seine Leistung steigern seine Fähigkeiten verbessern Wie kann man ihn an den Platz stellen an dem Am Nützlichsten ist Darum geht es bei der Disziplin Das ist also auch in den Schriften von 4 die Maschen der Macht ist der Abschnitt Disziplin kommt ja eigentlich von Disziplina also aus dem Lateinischen wo das noch Lehre bedeutet also nicht mit E sondern mit EH und das ist natürlich interessant dass Foucault natürlich auch diese Doppeldeutlichkeit dann noch mit berücksichtigt es geht also um ein Machtmechanismus in der Phase der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft wenn man das jetzt historisch mal herausstellt und das macht Dahlmann jetzt auch die für die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft entscheidenden Mächte sind die Disziplinarmächte ihre Wirkungsweise erscheint als anonyme Strategie die deshalb so erfolgreich sein konnte weil die Disziplinarmächte mit einfachsten Instrumenten unerschöpfliche Gestaltungsmöglichkeiten entfanden können ihre Instrumente sind der Panoptismus und die Normierung mittels dieser Instrumente wird jeder Körper immer enger an die neuen Mächte angebunden wobei den anderen Mächten immer mehr der Boden entzogen wird Also Panoptismus da steckt das Optische drin was mit dem Sinn des Auges wahrgenommen wird und das Pan was alles bedeutet oder das Ganze das wird jetzt aber auch deutlich Panoptismus ist nach Foucault ein Machttyp der sich im 18. Jahrhundert zeigt das Modell ist das von Gereni Benthams Erfindung des Panoptikons das eine Leitidee war bei der Realisierung einer Strafanstalt 1795 in Penteuvi dessen Grundgedanke war die architektonische Raumaufteilung so zu gestalten das Gefängnis Krankenhaus Schule und so weiter von einem zentralen Punkt die Kontrolle mittels Sichtkontakt ermöglicht der Beobachter aber selbst nicht zu sehen ist was haben wir heute für technische Möglichkeiten die sie damals noch nicht hatten der Delinquent wird also nicht bloß weggesperrt sondern ins Licht gerückt muss immer sich beobachtet fühlen das steht auch im Zusammenhang mit dem Verwerfen der Repressionshypothese dass nämlich alles sichtbar gemacht wird beziehungsweise zur Sprache gebracht wird also diese Metaphern sind ja natürlich auch die von Heidegger die Foucault auch Lichtung des Seins also das wäre dann entspricht an Lichtung der Macht das führt da man auch noch aus die Verfahren der Disziplinarmächte arbeiten im Wesentlichen nicht mit dem Recht sondern mit der Technik nicht mit dem Gesetz sondern mit der Normalisierung nicht mit der Strafe sondern mit der Kontrolle und vollziehen sich auf einer Ebene und in Form die sowohl über die Ökonomie als auch über den Staat und seinen Apparate hinausgehen die von den Disziplinen bewirkt konkrete Dressur aller nutzbaren Kräfte und zieht sich somit hinter der großen Abstraktion des Tausches und nicht in dieser und dem Gesellschaftsvertrag als idealen Grundlegung des Rechts und der politischen Macht gibt das Zwangsverfahren der Disziplinierung von unten her seinen Halt die Aufklärung wenn er die Freiheit entdeckt hat hat auch die Disziplin erfunden solche Verfahrensweise gibt es ja heute noch nur dass die Techniken ausgefeiter sind durch moderne Elektronik Kameras Mikrofone sodass dies auch schon mal zur Paranoia führt also es gibt ja Leute die fühlen sich überall nur noch beobachtet auf dem Klo in der Küche hat Biermann mal gesungen über die Stasi ein Mikrofon einbaut Hartz IV will ja den völlig durchleuchtenden Menschen also alles soll unter Kontrolle sein und den Delinquenten wird aufgespätzt eine neoliberale Ideologie dass das seine Freiheit fördere da kommen dann noch ideal für sadistische Sacharbeiter noch Sanktionsmöglichkeiten dazu das juristische System staatlich garantiert der Gleichheit und Freiheit der Individuen ist nicht das Resultat ökonomischer Prozesse sondern ist das Ergebnis einer historischen Transformation der Machttechniken ist Ergebnis der Disziplinarmächte die die Machttechniken ablösten die dem Fondanen Souveränitätsprinzip entsprangen das Kennzeichen dieser Disziplinarmächte ist dass es ihnen weniger um Ausbeutung als vielmehr um Synthese weniger um Entwindung des Produkts als um Zwangsbindung an den Produktionsapparat geht Ziel dieser Disziplinarmächte ist die Vermehrung der ihr eigenen Grifte und die der Gesellschaft und zwar so dass die Gesellschaft nicht enteignet und ihren Grifte nicht gefesselt werden In diesem Zusammenhang stehen nun die Verfahrensweisen die auf unmittelbare Folter verzichten können die schon vor erklärt wurden der Panoptismus alles sichtbar machen Der Panoptismus ist die Lösung des Problems die Macht steigern zu können auch und gerade dort wo sie sich selbst unsichtbar macht Der feudale Souverän konnte seine Macht nur ausüben indem er die Körper unmittelbar in seine Gewalt nahm Er musste den von ihm beherrschten Körper die Zeichen seiner Überlegenheit aufbrennen und diese Überlegenheit immer wieder neu beweisen Als unsichtbare Macht kann der Panoptismus auf die jenen gewalttätigen und lückenhaften Verfahren vor dann souveräne Machttechniken verzichten und dringt dennoch bis in die elementarsten und feinsten Bestandteile der Gesellschaft ein Architektonisch also gegenständlich wurde der Panoptismus im Gefängnis entwickelt und erprobt Die Körper der Gefangenen wurden auf einen einzigen Ort hinausgerichtet von dem aus jeder Gefangenen gesehen werden konnte Die Gefangenen selbst aber sahen den Aufseher nicht Die Gefangenen wussten also nicht wann und ob sie überhaupt beobachtet wurden Sie wussten nur dass sie an jedem Ort und zu jeder Zeit der Möglichkeit nach gesehen werden konnten Naja wenn wir alte Bilder sehen aus der Zeit dann wissen wir dass die die Zentralperspektive diskutiert haben also das hängt natürlich mit solchen Gesellschaftsformen ab die auf Sichtbarkeit beruhen und naja der Betrachter im Museum der auf das Bild guckt also die Leute die auf dem Bild abgebildet haben den ja nie gesehen wenn das nicht sowieso fiktive Folgen sind aber das ja Psychiatrie und Beichte bedienen sich solcher Verfahren die ja noch heute in der Sozialarbeiter Weisheit erläutert wird nützt zwar nichts aber gut dass wir darüber gesprochen haben nicht mit unbebarem Verbot und Repression sondern durch den Blick der anderen entsteht der Druck von dort aus führt ja auch ein Weg zu Sartre denn da man später gegangen ist und dessen Kritik das hatten wir ja letztes Mal so blick der anderen spielt da immer eine Rolle also also dieses Ego Alter nicht dass man also von sich selbst nur weiß über den Blick des Anderen der Voyeurismus der Wachteln also wie im Knast Knast die Jargon die Wächter heißen ist von Foucault in großartiger Weise klar gemacht worden und erkenntnis theoretisch reflektiert worden Soldamann Dieses Zusammenspiel von Wissen und Nichtwissen ist die Grundlage auf der die Gefangenen ihre Körper nach außen hin disziplinieren um den Aufsehern so wenig wie möglich Gründe zum Eingreifen zu geben diese Disziplinierung ist aber andererseits wiederum die Grundlage dafür dass der Aufseher sich mittels Beobachtung Registrierung und Strukturierung ein Wissen von den Körpern der Gefangenen und deren Verhaltensweisen aneignen kann ein Wissen das ihm die Aufgabe der Überwachung immer mehr erleichtert Wir kennen das ja mittlerweile überall nicht nur im Hafenstraßenviertel nicht bei Luintreppe wo das ein wenig für demokratische Verhältnisse überzogen wird und man fragt sich bis allgemein klar wird dass das sich Staatstheorismus immer mehr nähert wobei die angeführten Gründe großzügig gesehen zu den Wünschen gehören mit denen der Welt der Weg zur Hölle geflastert ist Der allgemeine den Gesellschaftskörper unserer Tage abstrakt durchziehende Panoptismus ist das Ergebnis dieser vom Strafvollzug ausgehenden sich dann in anderen Disziplinareinrichtungen wie dem Militär der Schule den Spitälern den Irrenanstalten und so weiter verallgemeinernden vielfältigen Beobachtungs- und Registrierungsmechanismen die nichts anderes verfolgen als zu katalogisieren und zu strukturieren Er gewinnt schließlich an Wirksamkeit und dringt immer tiefer in das Verhalten der Menschen ein Auf jede Machtvorsprung bildlich gesprochen in jedem Aufseher sammelt sich ein Wissen an und deckt an allen Oberflächen an denen sich Macht entfaltet neue Erkenntnisgegenstände auf Ausgehend von vereinzelten diskreten Verfahren verallgemeinern sich historisch die Techniken der Disziplinarmächte und erzeugen den Effekt einer einheitlichen Strategie Das ist ja schon in der Nähe dessen was Luhmann Autopoiesis nennt obwohl dezentral erzeugt wirkt es als ob es einer einheitlichen Strategie folgt und man kann erkennen dass untermenschliche Regime das was naturwüchsig entstanden ist sich gern zu eigen machen diese Machttechniken haben weniger die Aufgabe den Souverän zu verkörpern sondern die diese Disziplinierungstechniken im Gesellschaftskörper zu verallgemeinern die Disziplinargesellschaft entstand im Übergang von der feudal absolutistischen Disziplinargesellschaft zur modernen Disziplinargesellschaft Gefängnis Psychiatrie und so weiter werden in einen Prozess der Diskursivierung einbezogen die Foucault aber nicht genauer definiert aber meint dass erst einmal die Kodifizierung und Rationalisierung die Untertanen in eine bessere Lage bringt Streckbank Daumenschraube und andere Foltermethoden werden verdrängt durch Techniken dafür aber entsteht ein System der sozialen Kontrolle auf der einen Seite wird die Macht an Regeln gebunden die einzelne Person wird zum Rechtssubjekt die Strafe soll die Rechtssubjektivität wiederherstellen wie man es bei Hegel etwa sehen kann das Rechtssubjekt wird aber Gegenstand klassifizierender vergegenständlich der Betrachtung die den Einzelkörper zur Tafel von justizipialer Eigenschaften und Tatbestände macht es entsteht das Disziplinar Individuum das von den Machttechniken fabriziert wird wir kennen das ja von den Folgen der Sozialgesetzgebung durch Schröder und Harz die das anwenden was Foucault kritisierte aber der sah die Problematik komplexer die Wurzeln der Praktiken sind ja nicht bloß diskursiver Natur die Vermehrung der Erkenntnis geht einher mit der Intensivierung sozialer Kontrolle und wir kennen heute ja die sogenannten besorgten Bürger die sich diese auch noch härter wünschen und dann mit 13% ins Parlament marschieren das Kerkersystem von Möttrei 1840 begründet enthielt alles schon in gebündelter Form was heute empirisch nicht mehr wegzudenken ist Max Weber hatte den Machtbegriff für soziologisch Amorph bezeichnet als situativ wechselnde Chance in einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen die Entwicklung ging aber weiter auch die Wissenschaft ist nicht mehr durch offene Machtrelation bestimmt sondern realisieren sich in abstrakten und anonymen Verhältnissen da kann da man dann auch wie schon Stefan Breuer auf Marx verweisen dass die Welt eine von sachlichen Abhängigkeitsverhältnissen geworden ist in der die Individuen von Abstraktionen beherrscht werden während sie früher voneinander abhängen selbst der Kapitalist verschwindet ja im Aktienkapital als überflüssige Person aus dem Produktionsprozess wie Friedrich Engels mal in einer Schrift darüber schrieb darum zentrieren sich die letzten Arbeiten von Dahlmann und es ist durchaus sinnvoll an die Ursprünge der Theorieentwicklung die man gern postmodern strukturalistisch poststrukturalistisch Dekonstruktivismus und so weiter nennen kann zu gehen wo die Probleme noch sichtbar sind den Körpern geht es ja wie den Kapitalisten im Aktienkapital was etwas hervorscheint wenn wir folgende Passage bei Dahlmann lesen sind die Körper schließlich allseits diszipliniert können die Mächte auf ihre körperliche Präsenz verzichten die Aufseher und in ihrem Gefolge die Souveränität selbst können die Bühne verlassen bei den Armen Glassen zum Beispiel setzt man zur Disziplinierung folgende Verfahren ein das Eintrichtern eine Grundgesetzlichkeit die unverzichtbar war sobald das System des Strafgesetzbuches an die Stelle des Gewohnheitsrechts trat das Beibringen der Grundregeln des Eigentums und des Sparens das Abrichten zum Arbeitsgehorsam zur Selbsthaftigkeit und so weiter Foucault bezeichnet schließlich alle in der Gesellschaft angelegten Disziplinareinrichtungen dazu zählen Wohltätigkeitsgesellschaften Sittlichkeitsvereine Unterstützungs- und Überwachungsinstitute Arbeitersiedlungen und Wohnungen als das große Kerkernetz dieses Kerkernetz oder genauer die darauf passierende Machttechnik verdrängt andere unproduktivere Mächte und wird universell Nicht alle alten Machttechniken werden dabei verdrängt Die Disziplinarmacht tritt zu anderen schon bestehenden hinzu erzwingt aber neue Grenzzähungen sie tritt hinzu zur Macht des Wortes und des Textes zur Macht des Gesetzes zur Macht der Tradition In den Disziplinen kommt schließlich die Macht der Norm zum Durchbruch Dient der Panoptismus dazu die Körper beobachten registrieren und differenzieren zu können so stellt die Norm die Ersetzung des Aufsehers dar auf den hin die Körper differenziert werden Jede Normalisierungsmacht ist doppelt bestimmt einerseits zwingt sie zur Homogenität was seinen umfassendsten Ausdruck im System der formellen Gleichheit findet andererseits wirkt sie in Verbindung mit dem Panoptismus individualisierend da von ihr aus Abstände gemessen Besonderheiten fixiert und die Unterschiede nutzbringend aufeinander abgestimmt werden können und das Hauptziel aller Verfahren der Disziplinierung und Normalisierung ist die Individualisierung die durch den Abbruch jeder Beziehung die nicht von der Macht kontrolliert und hierarchisch geordnet ist hervorgerufen wird wir werden ja da am Vortrag der wie das Buch lautet das Rätsel der Macht noch hören dies alles dient ja dazu den Hörern darauf vorzubereiten dass er die Zusammenhänge besser erkennt und einige Termini Foucaux schon ein wenig deutlich geworden sind damit nicht darüber hinweg gehört wird es ist klar dass vieles auch über Autoren die diese Dinge rezipiert haben Foucaux nahezu ein Pop Idol geworden ist und auch die Verbildungsform von Judith Butler und diversen Post-Korinanisten sind mittlerweile schon so Pop geworden dass sie manchmal gar nicht mehr argumentieren wenn sie argumentativ angegriffen werden sondern ad hominem argumentieren und mit Begriffen wie Pinkwashing die mal was sinnvolles bezeichneten liberale Umgangsform als Pinkwashing kritisieren das heißt als bloßes Mittel für Repression auf anderen Gebieten arbeiten das schlimmste Beispiel war ja dass Soldaten kritisiert wurden die darauf verzichteten die Frauen der Gegenseite zu vergewaltigen das sei rassistische Diskriminierung und soll sie nur in besseren Lichte darstellen dies ist auch darauf zurückzuführen dass Foucault nicht erklären konnte wie in die Machtkonstellation eine Finalität hineinkommt und das bewegt auch Manfred Damans Foucault-Kritik Es stellt sich die Frage wie in die Disziplin Nahmächte die Zielgerichtetheit die Finalität also hineinkommt die es erst erlaubt überhaupt von Strategie zu sprechen In Interviews auf dieses Problem angesprochen antwortet Foucault immer wieder ausweichend Man wisse nicht wer die Macht eigentlich hat aber man wisse wer sie nicht hat Es gibt keine Person und keine Klasse von der die Macht ausging Beispielhaft führt er dazu aus dass etwa das Gefängnis einen Effekt produziert der im Vorhinein absolut nicht vorgesehen war und der nichts zu schaffen hat mit der strategischen List irgendeines Meta- oder transhistorischen Subjekts das ihn geahnt oder gewollt hätte Die bürgerliche Klasse habe die Strategie der Disziplinierung auf jeden Fall nicht erfunden und der Arbeit der Klasse aufgezwungen Die Bourgeoisie habe zwar durch alle Arten von Mechanismen und Institutionen hindurch etwa den Palaritarismus die Informationsverarbeitung die Verlage die Handelsmessen die Universitäten und so weiter groß angelegte Strategien erarbeiten können ohne dass es indessen Not täte ihn ein Subjekt zu unterstellen Die Priorität bei Foucault ist klar Im Verhältnis einzelne Mächte zueinander entwickelt sich eine Strategie die dann von den Trägern des industriellen Produktionsprozesses nutzbar gemacht wurde Damit konnte die Bourgeoisie ihre Macht steigern ohne sie jedoch zu besetzen und mehr noch Auch die Bourgeoisie wird von diesen Mächten diszipliniert wenn auch dies gesteht Foucault zu in einer anderen Weise als das Proletariat Im Folgenden geht jetzt Darman auf den Wissensdiskurs ein über dessen Mehrdeutigkeit haben wir ja schon einiges gesagt Die Form in der jede Macht ob als disziplinar Macht oder als eine andere es schafft bis in die winzigsten und individuellsten Verfahrensweisen vorzudringen ist der Diskurs Auf den Diskurs als Träger sind alle Mächte angewiesen Die Diskurses sind die strategischen Elemente über die die Mächte als Mächte erst erkennbar werden In den Diskursen der verschiedenen Disziplinarmächte wird wie oben schon gesehen Wissen erhoben erzeugt und formiert Also eine Kombination von Panoptismus und Normalisierung wird das Prüfungsverfahren entwickelt das die Verallgemeinerung und vor allem die Objektivierung des in den Disziplin erzeugten Wissens erst ermöglicht Die neuen Wissenschaften betrachten den Menschen nicht mehr als Göttung sondern als Individuum Das führt auch zu neuen Aufzeichnungs- und Registrierungsverfahren Die Überprüfungsmechanismen die Formierung der Disziplinaranlagen Ein Neues Typs von Macht über die Körper haben die Körper als Individuum in das Feld des Wissens eintreten lassen Dies finden wir in den Archiven in dem Sinn wie wir schon dargelegt haben Allerdings sind die empirischen Verfahren auf die sich diese Wissenschaften stützen in den Gerichtsverfahren der Inquisition erarbeitet und entwickelt worden was wir auch in Hegels Naturphilosophie sehen können wo das naturwissenschaftliche Experiment als Folter bezeichnet wird Allerdings hat die Sache einen Haken Was da herausgelockt werden soll existiert unter Umständen gar nicht Das Besondere dieser Erarbeitung von Wissen ist nun dass die Wissenschaften vom Menschen beständig nach etwas Geheimen fragen dass sie immer etwas entdecken wollen was hinter den besonderen empirischen Erscheinungen steckt Foucault geht nun davon aus dass es das wonach diese Wissenschaften Fragen und das Geheime das Wahre das Wesen hinter den Erscheinungen gar nicht gibt Vielmehr seien es die Fragen der Wissenschaft selbst die das produzieren was diese dann auch finden Der alte Biermann Witz dass die Hasen so lange gefoltert werden bis sie zugeben dass sie ein Wildschwein sind erläutert das drastisch dies in den Zusammenhang positivistischer Wissenschaftspraxis zu stellen ist nur noch ein kleiner Schritt für Dahlmann die Ordnung der Wahrheit ist für die Struktur und das Funktionieren der heutigen Gesellschaft fundamental die Macht produziert Wahrheitswirkung und diese ihrerseits reproduzieren die Macht indem das Wissen Wollen der Menschheit auf Wahrheit zielt befreit es sich nicht aus den Technologien der Macht die Objektivität der Erkenntnis ist nicht der Ort der völligen Freiheit von Macht sie ist ihr Zentrum die gegenwärtige Ordnung der Wahrheit hat ihre Geschichte entstanden ist die Einteilung der Diskurse in Wahre und Falsche mit der Vertreibung der Sophisten bei den alten Griechen Diese Teilungen waren falsch waren neu denn der wahre Diskurs ist von nun an nicht mehr der kostbare und begehrenswerte Diskurs der an die Ausübung der Macht gebunden ist Seit den Griechen wird im Abendland das Objektive gesucht wird das gesucht was jenseits des Begehrens und Wollens vermutet wird In der Materung der Körper als Strafpraxis vorbürgerlicher Gesellschaften ist die Verbindung von Macht und Wahrheit ähnlich wie im philosophischen Diskurs bei den altgriechischen Sophisten noch unmittelbar Durch die Materung vollzieht sich die Macht Ausübung über die Körper und das durch die Materung hervorgerufene Geständnis ist der Wahrheitsbeweis Das macht in gewissem Sinne ein tautologisches Begründungsverhältnis deutlich mit dem Wissenschaft sich gegen Kritik immunisiert Wir können es ja auch am Begriff der Hexe sehen Also wenn man lange genug gefoltert hat dann gibt man das sofort zu um den Schmerz zu vermeiden den man dann ja bei der Verbrennung dann doch spürt aber das letzte Mal Dass dann später diejenigen die wohl zu wenig von Foucault gelernt haben solche Techniken selber anwenden wenn sie selber kritisiert werden konnte man hinsichtlich der Auseinandersetzung mit dem Buch Beißreflexe sehen Hier spukt in gewissem Sinne das Gespenst der Macht von dem da man spricht herum allerdings bekleidet nicht im Sinne nackter Wahrheit und dies verweist auch auf die Defizite hin die sich nun bei Anhängern von Foucault wie Judith Butler öffentlich ganzseitig in der Zeit bereit macht das hängt mit dem was aus Wahrheit wurde heute scheint es ja nur unterschiedliche Narrative zu geben zusammen was heute absurd erscheint konnte damals schon Dahlmann schon anhand der Pop-Ikone Foucault erkennen Wahrheit wird von Foucault in ein Dispositiv der Macht verwandelt was in der traditionellen Philosophie am Anfang steht die Frage nach der Möglichkeit der Erkenntnis von Wahrheit steht bei Foucault am Ende denn das was wir heute unter Wahrheit verstehen soll das umfassendste Resultat der geschichtlichen Techniken der Macht sein Sexualität etwa ist kein Naturvermögen ist keine von der Wissenschaft entdeckte ewiggültige Wahrheit des Menschseins Sexualität entsteht vielmehr als ein geheimes Wissen im strategischen und politischen Zusammenspiel von Körper Lust Sex und Macht das gemeinsame alle von Mächten erzeugten Wahrheitswirkungen ist nun dass in diesen Wahrheiten Mächte am Werk sind die wirken können ohne dass ein Aufseher ein Mächtiger ein Souverän körperlich erscheint denn und das ist das allgemeine Ergebnis der Analysenfokus je unsichtbarer und hinzuzufügen wäre je einheitlicher eine Macht auftritt umso effektiver ist sie Wahrheit und hier liegt nun der entscheidende Fehler seiner Mikrophysik ist aber nicht unabhängig von der Form zu denken die eine jede Wahrheit annehmen muss will sie allgemein an solche anerkannt werden eine Technologie der Macht etwa für die 2 plus 2 5 ist wird jeden Einfluss und damit jede Fähigkeit Körper ihrem Willen gefügig zu machen sofort verlieren Von dieser Formbestimmtheit einer jeden Wahrheit kann man nicht abstrahieren wenn man die Wahrheitswirkung der Macht analysieren will Wahrheit ist zuerst einmal nichts anderes als die allgemeine Anerkennung der Geltung reiner Form Wenn Foucault Macht in der Wahrheit entdeckt dann entdeckt er einen bestimmten Inhalt in einer reinen Form Der Archäologe der Positivist und Empiriger dem das etwas gilt was auch erscheint Diese Antimetaphysiker Foucault in der Wahrheit sieht er ein Gespenst das Gespenst der Macht In einer reinen Form ein Inhalt suchen ist so Kult wie die Absicht ein Geldstück mit den raffiniertesten Verfahren chemisch zu analysieren um darin am Ende das gesellschaftliche Verhältnis zu finden das das Geld aber seinem Wesen nach ist Die Entstehung und die Geltung reiner Formbestimmung etwa der Mathematik ist als ein gesellschaftsbedingter Prozess nur zu verstehen wenn man diese Form als das ansieht was sie sind Form in denen Machtbeziehungen also Gesellschaftlichkeit im weitesten Sinn nicht nur suspendiert scheinen sondern auch suspendiert sind erst über die Rekonstruktion der gesellschaftlichen Reproduktion also erst wenn man einen Begriff von Totalität hat ist die Bedeutung zu erkennen die die beständige Überbrückung des Gegensatzes von Form und Inhalt für den Zusammenhalt der bürgerlichen Gesellschaft hat Macht Machtverhältnisse sind immer Resultate da hat Foucault völlig recht und auch Wahrheitswirkung mögen Resultate sein die Frage ist nur Resultat von was Darum geht es und es wird Zeit dass wir da nun selber noch einmal auch akustisch zu Gehör bringen danach werden wir das noch ein wenig diskutieren mal sehen wie viel Zeit übrig bleibt wahrscheinlich nur einige Minuten es ist immer zu wenig da und wir hatten noch die Aussicht ab eine vierte Stunde die aber doch nicht mehr zur Verfügung steht